D.O.D. D.O.D. Sir, wir haben kein Signal mehr vom Außenposten Beta auf Dopen. Ok, ich werde es im Genua in Mail. Sir, wir haben kein Signal mehr vom Außenposten Beta. Ok, wir werden dann nach Dopen fliegen und gucken, was da los ist. Ok, ich mach schon mal die Luftkampf bereit. So, wir alle im Körserpilzen direkt nach Außenposten Beta aufduken. Ja, dann muss ich aber bewusst sein, dass wir darin verscheiden. Wenn alle die da rauskommen, ist euch das bewusst? Sir, ja, Sir.